Heute blicken wir auf die aktuellen Zahlen in der Elektromobilität. Hier in Deutschland wird ja immer von den schlechten Nachrichten berichtet, und zwar der große Einbruch in der Elektromobilität. Keiner will mehr Elektroautos. Vergessen wird aber immer gerne, dass wir nun nicht der Mittelpunkt der Welt sind. Wir sind auch nicht das Land, was am meisten Fahrzeuge verkauft. Wir sind im Zusammenhang mit all den Ländern, wenn man den gesamten Weltmarkt sieht, ein sehr kleiner Markt. Und deswegen ist es wichtiger, mal hier über den Tellerrand zu schauen und zu schauen, was ist jetzt eigentlich die aktuelle Situation für die Elektromobilität weltweit. Und das sieht gar nicht so schlecht aus. Schlechte sieht es eher für die europäischen Hersteller aus, deren Anteil immer geringer wird. Auch das werden wir gleich uns mal anschauen. Als allererstes siehst du hier erstes Quartal 2022, dann ein weiterer Anstieg zum ersten Quartal 2023 und auch das so schlecht geredete erste Quartal 2024 war ein neuer Rekord in der weltweiten Zulassungsstatistik. Das ist ganz wichtig zu beachten. Der Trend, der geht in die richtige Richtung. Mit anderen Worten, außerhalb von Deutschland scheinen die Leute weiter Elektroautos zu kaufen. Also wenn wir jetzt durch den Wegfall der Förderung erstmal eine neue Situation haben, in der der Markt sich neu sortieren muss, ja, dann hat das zwar einen Effekt auf den deutschen Markt und vielleicht auch hier erstmal einen Rückgang, aber weltweit kennt es alles nur eine Richtung. Wenn wir jetzt also von einer Trendwende reden würden, dann müssen wir natürlich erstmal das zweite, das dritte und das vierte Quartal weltweit abwarten. Der logische Schritt wäre, dass wir so wie in allen Jahren davor im zweiten, dritten und vierten Quartal einen weiteren Anstieg sehen und mit dem vierten Quartal auch einen neuen Rekord weltweit. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die letzten Jahre anschauen, sehen wir 2021, 2022 und dann auch 2023 mit 9,5 Millionen rein elektrischen Fahrzeugen. Das ist schon mal ein richtig guter Wert. Und man möchte natürlich immer vergessen, oft gibt es Statistiken, die die Hybridfahrzeuge noch mitrechnen. Hier siehst du jetzt mal die rein elektrischen Fahrzeuge. Das heißt, es ist außer Frage, dass wir die 10 Millionen erreichen. Es gibt da auch gar keine Diskussion zu. Die Frage ist nur, wie hoch werden wir wachsen? 12,5? Vielleicht sogar auch schon 15 Millionen? Wir sind, wie gesagt, im letzten Jahr doch schon sehr stark gewachsen. Egal, wo die Reise am Ende hingeht. Mit den Hybridfahrzeugen waren es im letzten Jahr 14 Millionen Fahrzeuge. Wie du gerade gesehen hast, sind es entsprechend 9,5 Millionen rein elektrisch gewesen. Das Problem kannst du aber jetzt hier sofort erkennen. Du siehst einmal, 50, über 50 Prozent des Marktes geht an Hersteller im Elektroautobereich mit Hybriden. Ja, in China. Und dann gibt es natürlich noch Amerika, die übrigens wachsen. Aber warum? Weil der Anteil von Tesla da eben halt mit rein spielt als amerikanisches Unternehmen. Der Anteil der Europäer wird aber somit immer kleiner. Sind sie noch die zweitgrößte Kraft gewesen, so holt jetzt wirklich Amerika durch Tesla unter anderem auf. Und wenn man sich dann das zusammenrechnet, Amerika mit Tesla und China, ja, dann ist das schon wirklich erdrückend. Was auffällt ist, Japan. Ja, Toyota spielt natürlich überhaupt gar keine Rolle in der Elektromobilität. Und schwupps ist der ganze Anteil weg. Auch Korea wird kleiner, obwohl es ja hier Unternehmen gibt, die in der Elektromobilität tätig sind. Man merkt also, wie der Unterschied zum Verbrenner, wo China eine vollkommen untergeordnete Rolle gespielt hat, hin zur Elektromobilität geht und sich der gesamte Markt neu sortiert. Jetzt wird ja aktuell auch viel darüber berichtet, dass chinesische Autounternehmen wie zum Beispiel auch BYD in Europa Fabriken bauen. Das heißt, die machen das Gleiche wie die Europäer in China. Sie fangen jetzt an, hier Fabriken zu bauen. Ist ja nicht mal schlecht. Für den Kunden bedeutet das, mehr Konkurrenz, bessere Preise. Jetzt muss man sich die Frage stellen, woran liegt das denn, dass China so dominant ist? Natürlich liegt das auch daran, dass viele Chinesen inzwischen sich ein Elektroauto kaufen. In den Zahlen, wie ich bereits gesagt habe, sind auch Hybridfahrzeuge dabei. Aber der Grund, warum wir 9,5 Millionen rein elektrische Fahrzeuge im letzten Jahr hatten, ist auch, weil in China inzwischen über 61 Prozent der Fahrzeuge, die elektrisch sind, rein elektrisch, günstiger sind als ein Verbrenner. Und das ist ja erst der Anfang. Wenn du dir das anschaust, wo wir hier von 2018 bis 2023 hinkommen, dann siehst du, dass der Anteil der elektrischen Fahrzeuge, die günstiger, nur vom Kaufpreis günstiger sind, und wir reden nicht über den Unterhalt, wir reden nicht über die ganzen Werkstattbesuche und so weiter und so fort, rein vom Preis ist das Elektroautoangebot schon über 61 Prozent bei den Autos günstiger. Das heißt, Elektroautos kommen jetzt schon auf den Markt und können vom Preisgefüge mit einem Verbrenner mehr als nur mithalten. Sie sind sogar schon günstiger. Es gibt natürlich in China viele Kleinwagen. Das muss man natürlich mit hier einspeisen. Aber der Kunde kauft es. In Großstädten sind die Leute begeisterte Käufer von Elektroautos. Und das können auch Kleinwagen sein, die natürlich dann günstiger sind als ein Verbrenner. Aber am Ende des Tages, es geht darum, dem Kunden ein Produkt zu geben, worauf er Lust hat und welches er kauft. Und wenn die Leute einen Kleinwagen für 12.000 Euro kaufen, vollkommen fein. Dieser Preis, den ich genannt habe, ist natürlich chinesischer Preis. Sowas würde zu dem Preis nicht in Europa kommen. Ein gutes Beispiel, warum es aber auch kriselt auf dem chinesischen Markt, und zwar nicht für die Elektromobilität, ist die Firma ZEIC. Und ZEIC ist ein riesen Player. Und die haben jetzt einen richtigen Schock gezeigt im ersten Quartal. 49,2 Prozent weniger Autos. Das sind von 1,6 Millionen auf 834.000 Fahrzeuge. Und die verkaufen immer noch überwiegend Verbrenner. Dann soll mir mal jemand sagen, die Verbrenner boomen. Auch da ist das gleiche Thema. Wir sehen zwar in einigen Regionen, wie zum Beispiel in Europa, jetzt gerade auch wieder mehr Verbrennerverkäufe, aber in China wiederum geht es zurück. Und jetzt ratet mal, was mit Unternehmen passiert, die wie VW weltweit agieren. Die können nicht nur auf den deutschen Kunden hören, die müssen auf die Weltmarktsituation reagieren. Und wenn immer weniger Leute Verbrennerfahrzeuge in China kaufen, dann muss sich VW daran anpassen. Es ist ein Weltunternehmen, welches weltweit agiert. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel GM. Eine Marke, die weltweit bekannt ist. Schaut euch mal den Anteil von GM in China an. In Kooperation mit einem chinesischen Unternehmen hatten sie ja noch zu Beginn und deswegen auch der Anstieg zwischendurch einen sehr kleinen Elektroautowagen. Das hat nochmal Marktanteile gewinnen lassen. Jetzt ist das Auto nicht mehr so beliebt. Und man sieht, dass der Anteil von GM in China von 14 Prozent innerhalb von fünf Jahren sich fast halbiert hat. Inzwischen nur noch bei acht Prozent. Also man sieht nur einen Trend und der geht nach unten. Aber warum ist das der Fall? Ja, weil GM keine Elektroautos richtig anbietet. Da kommt nichts, was den chinesischen Kunden interessiert. Mit anderen Worten, wir können natürlich hier in Deutschland sagen, was deutsche Unternehmen machen müssen. Aber damit die langfristig erfolgreich sind, müssen sie genau auf solche Märkte auch hören. Und da sieht es nicht anders aus, als dass Elektroautos die Zukunft sind. Ich freue mich auf dein Feedback. Mach's gut. Bis dann und tschüss.